Der dritte Tag war nicht unser Tag. Erst warteten wir lange auf Max, bis er aus der Schule kam, dann stellten wir uns im Stau an. Was zur Folge hatte? Umziehen im Auto. Und dann ganz schnell zum Eis. Schnell ist hier relativ. Erst über den Balkon, dann durch den Tunnel, dann einmal um die Außenfläche herum. Das zieht sich wie Kaugummi. Tja, heute fand das Training auf der Außenfläche statt. Und das heißt natürlich immer lange Wege. Das Training hat nicht nur bei Max, sondern auch bei Diandro und allen anderen Mannschaftskollegen seine Spuren hinterlassen. Kurze Zeit später kommen auch ein Teil der Goalies die Treppe hinauf. Erst Philipp, dann Finn und dann Carina, eine der fleißigen Betreuer unserer Mannschaft. Großes Dankeschön an dieser Stelle an alle Betreuer. Ohne euch wäre dieser Sport nicht machbar. Das Objekt der Begierde haben wir heute leider in der Kabine vergessen. Und hier noch ein kurzer Blick hinter die Kulissen der Kabine. Und Eltern gibt es bei dem Sport auch noch. Was machen die? Naja, die sitzen ihre Zeit vor der Halle ab. Hier ist einer davon, unser lieber Robert. Für die Jungs heißt es erstmal Durst stillen, dann schleppen und den Weg bis zum Auto bewältigen. Zu Hause wartet dann noch was zu essen. Geduscht haben wir ja schon. Und ansonsten bis morgen und tschüss.